Wow, an so eine Aussicht könnte ich mich gewöhnen. Ja, Jungs, ich will ein Schloss. Ich bin ein Typ mit echt bescheidenen Wünschen. Bewachst du das hier? Ja. Und an diesem Tag suchte ich eigentlich nur ein Versteck. Dann traf es mich. In diesem Turm lebte schon sehr lange ein Mädchen. Ich werde dir einen Deal anbieten. Deal? Sieh her. Ich will die Welt sehen und nicht nur von meinem Fenster aus. Erst habe ich gesagt, interessiert mich nicht. Dann sagte ich, lass dein Haar herun... Ich habe es wirklich getan. Ja. Wer sind die? Die können mich nicht leiden. Genau genommen kann mich keiner leiden. Gibt es noch etwas, das ich über dich wissen sollte? Ich habe magisches Haar, das beschützt werden muss. Vor wem? Wir wollen das Mädchen mit dem magischen Haar. So ein Ding muss ich auch haben. Arme so. Arme so. Knie auseinander. Knie auseinander. Auseinander? Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. Aber wenn es nicht so ist, wie ich es mir erträumt habe, was dann? Dann sind sie... Lauf! Du solltest wissen, dass ich so etwas Eigenartiges noch nie im Leben gemacht habe. Achtung! Haha! Das sind viele Haare. Heute läuft wohl alles schief. So etwas passiert mir sonst nie. Geh, lebe deinen Traum. Mach ich. Dein Traum ist doof. Ich habe mit ihr gesprochen.